ja liebe freunde mit ganz herzlich willkommen zu einem neuen overwatch und ganz kurz noch was ändern so es ist wieder mal das 2 okay nicht schlecht ich mach mal ganz kurz den net grab aus ein bisschen das hier schnell besteht in unser lieben unser liebes aspekt 30 13 alles klar ihn auf das 2 okay er wird die steps wird das jetzt an den langen durch die frage hat er halt gespann versetzen ja ich lass es mal so stehen zwar eigentlich noch normal aus so jetzt hat er eine aber jetzt wird es interessant dann mal schnell vielleicht ging auf er geht rein so die aw hat er abgegeben war der weise und doch dann komisch komische tut habe ich schon das ganze mal weiter gut jetzt man schaut ab lege denkt wird man es oben das war ein bisschen komisch fand ich jetzt so jetzt macht er bleibt er da aber hinter der dritte stehen nicht gespann einer hat er mit hier gesehen gehabt frag mich wieso der zu b rotiert jetzt hat er die smock fallen jetzt hat er die smock fallen mach den tinder bitte hinter der dorn er geht zurück ein bisschen komisch da standen jetzt bin ich gespannt bin ich gespannt euer kommt raus von denen sieht er nicht doch er kommt weg ja und er ist insgesamt auf dem head drauf er macht zur feuerstöße auf vor 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 das sieht jetzt halt so dass da einer kommt ja auf die achtet da gar nichts eine runde noch bitte eine runde ok jetzt sieht er das ja ok also ich glaube der gute tut das bedeutet eigentlich irgendwie alles noch eine runde ok was klar habt ihr habt ihr den aimbot vielleicht ein aim assist die usb wie die langsam ihn verfolgt hat nach oben alles alles klar auf welchem level sind wir hier bitte jetzt bin ich gespannt was er macht was hat er gerade zu teilen als ob der macht er hat 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 er So lange ging er noch nie in Overwatch. Ok, jetzt hat er eine 5-7. Bin ich mal gespannt was sein Team macht. Er bekommt auf jeden Fall auch Creafing rein. Da ist zwar letzte Kill aber... ...und ich glaube das war's. Ja, das war's. Also ein sehr 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 seltzer. Also wenn ich das mal hochgerechnet habe. Der war irgendwie am Ende bei... ...50 oder so. Boah. Recht schwer, ja. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich wähle jetzt hier noch aus. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis dahin. Ciao. Tschüss.